Ja, ich würde dir jetzt gerne einmal mein gratis E-Book vorstellen, Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Ich habe es ausgedruckt und hier so geheftet. Du bekommst einen richtig coolen kleinen Einblick in die gewaltfreie Kommunikation. Ich stelle mich dir kurz vor und ich gebe dir eben Impulse, wie du Bedürfnisse in Kindersprache umformulieren kannst. Es sind einige, es geht über ein paar Seiten, zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie, dass du sagst, statt A brauchst du gerade Autonomie, ist dir wichtig, dass du selber entscheiden kannst, ist dir wichtig, dass du sagen kannst, was gut für dich ist und eben zum Beispiel zum Bedürfnis Zugehörigkeit, Verständnis, Ruhe, Vertrauen, Freiheit, Nähe und vieles, vieles mehr. Hol dir gerne mein gratis E-Book, ist wirklich komplett gratis für den Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation und du kriegst auch einen Einblick in meine Arbeit. Ich freue mich auf dich und viel Freude damit.